Kapitel Karl versucht es nochmal auf ihrem Handy Und es klingelt In der Küche Er nimmt das Handy Zwei unbeantwortete Paola ist schon seit über einer Stunde weg Der alte Mann geht auf Helga zu Und legt ihr die Hand auf den Arm Versteh doch Als ich die Italienerin heute Morgen In der Apotheke gesehen habe Dachte ich Vielleicht kauft sie noch mehr Ich glaube Du hast einen großen Fehler gemacht Ja, kann sein Aber mach dir keine Sorgen Ich überlege mir etwas Jetzt komm bitte wieder rein Vertrau mir, es wird alles gut Wie denn? Alles ist falsch Am liebsten würde ich sofort aufhören mit Die Kräuterfrau fängt wieder an zu weinen Jetzt komm Wir reden in der Wohnung weiter Es ist nicht gut, wenn wir hier draußen diskutieren Der alte Mann schaut sich um Paola drückt sich oben schnell wieder gegen die Wand Und schließt die Augen Leise Nicht atmen Dann hört sie, wie unten die Tür geschlossen wird Nach einer Weile geht Nach einer Weile geht Paola vorsichtig und ganz leise die Treppe hinunter Vorbei an der Wohnung Meier Dort ist es jetzt ganz still Endlich steht Paola vor dem Haus Sie rennt los, so schnell sie kann Läikkude Und jetzt Packet dieowser Und jetzt da kann man es Und dann können wir die Tür Wie unten die Tür stellen